so hallo wir machen weiter bei der legend of zelda tiers of the kingdom wir sind letztes mal in hyrule gelandet und sind jetzt komplett frei in der bewegung ich möchte aber erst mal rausfinden ob ich noch ein bisschen mehr über mein ziel herauskriege indem ich hier hingehe wo der quest marke halt liegt und da will ich mal gucken was was da eigentlich abgeht und das ist da drüben irgendwo das ist das ist da irgendwo irgendwas kann ich da vielleicht zumindest in erfahrung bringen dafür muss ich aber erst mal mövendorf ruinen schwache wie ich bin muss ich hier erst mal alles alle monster umgehen um falsch nein ich wollte die verrostete helle bade mit irgendwas gleich synthetisieren mit irgendwas gleich synthetisieren dass ich eine bessere waffe habe oder hätten wir doch gleich stein zum beispiel den nehmen wir doch zack sehr schön so zurück zu unserer axt gott ich habe jetzt keine lust auf die monster da zu treffen kann ich den auch gleich verbessern ja nicht mit chili okay was ist verrosteter schild plus verrosteter schild lol einfach zwei verrostete schilde ach du scheiße jetzt ist er plötzlich hier okay das schnell ist nicht gut dann kämpfen wir halt okay kennen sie schon kennen sie schon oder geht es mit chili auch das hat nicht gut funktioniert äh kennen sie schon explosionspfeile ja das ist doch gar nicht so schlecht gelaufen jetzt habe ich nämlich nur noch ihn mit einem allein werde ich doch wohl klarkommen so gib mir den oh bruder ähm kurz was essen ähm äh habe ich mein ganzes essen schon verbraucht? habe ich nur noch so wenig essen? oha schlecht das ist jetzt ja nicht so gut ich muss wieder kochen blöd na gut dann erstmal zweimal die dubiose matsche dann ist die schon mal weg ähm jaaa oh bruder was hast du denn gefunden? so ein bossbock haben wir erledigt okay synthese angriffsstärke 10 nice das ist also ein bossbock alles klar so was haben wir hier alles noch? bockblinhauer gut nochmal ein bockblins bockblinhorn synthese angriffsstärke 4 auch nicht schlecht auch nicht schlecht kann man anbieten okay unser erster etwas größerer kampf gut ich will trotzdem einfach nur hier hinlaufen und schauen was mich da erwartet so mehr will ich doch gar nicht da ist offensichtlich eine Festung also was heißt Festung aber oder eine Burg die aber von okay von Menschen bedingst es dann komm ich da ja auf jeden Fall rein ich mein die müssen mich doch kennen als den großen Held der Hyrule gerettet hat ja perfekt die kennen mich das wollte ich wissen wunderbar Link ihr seid es doch Link wo wart ihr die ganze Zeit? oh heißt die ganze Zeit wie viel Zeit ist vergangen? kaum bricht ihr mit Prinzessin Zelda zur Nachforschung im Untergrund aufhebt auf einmal das Schloss ab ihr könnt euch vorstellen was für Sorgen uns sich alle gemacht haben besonders puh hier ist pura oh dann ist das ja wirklich so unsere Base hier besonders puh hat sich kaum ausgeholt oder gar geschlafen weil sie versucht hat euch beide wiederzufinden Direktorin Pura oh perfekt wir treffen erstmal Pura wunderbar dann ist es sehr gut dass ich hier hingegangen bin und nicht erst ganz woanders okay sehr schön dann geht es schon geschichtlich erstmal hier weiter bitte geht schnell zu ihr damit sie weiß das euch gut ja das mache ich sofort aber instant gehen wir zu Pura Spähposten deine Ankunft hier wird zu einigen Wirbel machen wie mir scheint aber ich sollte mir wohl nicht zu viele Sorgen machen wenn du das erste mal hier bist kannst du dich beim Soldaten im Zentrum des Spähpostens informieren okay Junge drei Millionen Menschen mit denen ich reden kann ich gehe gleich zu Pura ist mir egal mit euch rede ich später ihr interessiert mich gerade nicht ich will zu Pura ja ich bin es wirklich aber ich will zu Pura Pura hurra was ihr Irrlichter wet Irrlichter okay Hurra ich dachte ich habe jetzt nicht gedacht dass ich hier rauskomme wo es sein ich bin schon dran vorbeigelaufen und wir gehen da rein die hat ja auch dieses wieso hat pura hier so nahen jungen halt auch rubello was machst du denn da das sind joshas werkzeuge für die erforschung der abgründe die darfst du unerlaubnis nicht anfassen sonst bekommst du riesigen ärger hey du hast du nur gesteckt rubello nein warte erzählen mir besten später ist alles erst einmal solltest du schleunigst zu pura gehen und mit ihr sprechen seitdem wir beide verschwunden seit ist die richtig mies gelaunt vor lauter kummer sind wir so lange weg gewesen sie sollte im ersten stock sein sei so gut und geht zu ihr damit sie sich endlich keine sorgen mehr machen was okay ich darf nichts nehmen ist okay ich bin zwar der retter von allen aber ich darf meine sachen nicht nehmen ist in ordnung buch lesen okay let's go wird ein kartografie turm habe ich gesagt dass das die dinger sind wird die umgebung zugleich die karte übernommen jeder beliebige kann insofern bereits besucht werden teleportieren sehr gut also das ist wie in birth of the wild zuerst muss das aktiviert werden das macht sie bestimmt gleich foto speichern daten zum ökosystem motiva fotos identifizieren ja das alles gleich tagebuch das ist auch exakt gleich na ja okay perfekt danke gut also erster stock ach so hier hoch erster stock ist einfach sozusagen auf der burg mauer dann ist sie wohl da drin goldenes haar und blaue augen direktorin pura der herr ritter er ist zurückgekehrt das ist ja wo kommst du auf einmal her stopp du bist kein gespenst oder waren wir so lange weg ja das mit den zwei schildern auf dem rücken ist auch ist auch sehr interessant aber es ist jetzt einiges an zeit vergangen sie war ja noch also sie war ja noch in dieser kindform als wir birth of the wild beendet haben oder ist sie in der zeit schon wieder rausgekommen ich weiß es gar nicht mehr du und prinzessin selder ihr wolltet also die geheimnisse von schloss hyrule erkunden ja und im untergrund seid ihr auf eine mumie gestoßen welche vor euren augen zu neuem leben erwachte dann ist prinzessin selder in die tiefe gestürzt und verschwunden das muss der zeitpunkt gewesen sein als das schloss plötzlich hoch schwebte und gleichzeitig all die ruinen herab fielen du bist auf einer insel im himmel erwacht der arm der die mumie niederhielt muss dich also irgendwie gerettet haben und dann hat dir ein fremdes wesen das purer pet überreicht auch soll der rechte arm vorher jemandem namens rauro gehört haben aber das master schwert ist weg da kann man von glück reden dass dich prinzessin selders stimme schließlich zu uns geführt hat ja danke für den recap das habe ich jetzt nicht gerade alles selbst erlebt ok recap einmal gut es ist unglaublich was wie um alles in der welt hast du den stürz von dort oben heil überstanden wasser rauro soweit ich weiß hieß doch der erste könig hyruls von dem die legenden berichten so nicht wahr ist das so kann sein das ergibt alles überhaupt keinen sinn nur eines kann ich mit sicherheit sagen die mumie die den untergrund gesehen hast steht gewiss mit dem kataklysmus in verbindung und was die zuständige schlosses und die vom himmel herabgegrenzt okay herabregnenden ruinen betrifft es würde mich doch sehr verwundern wenn hierfür nicht auch der kataklysmus verantwortlich wäre aber wir wissen doch nicht dass es ganondorf ist na gut ja gut der hat ja auch nie dieser link hat ja auch nie ganondorf selbst gesehen was mich doch am meisten fasziniert ist die tatsache dass die stimme der prinzessin gehört haben willst bitte finde mich das waren doch ihre worte richtig wenn das stimmt ist sie also noch am leben vielleicht konnte sie unter schloss hyrule schutz finden und ruft dich nun von dort aus zu hilfe es ist mir etwas unangenehmt direkt nach deiner rücke meinen gefallen zu bitten link aber wenn du dich bitte beim suchtrupp der unter dem schwebenden schloss hyrule ausschau nach euch beiden hält der name des truppführers lautet holm bitte hilf ihm dabei die prinzessin so schnell wie möglich zu finden ja die mumie die dir so übel mitgespielt hat befindet sich vielleicht noch immer in der nähe aber die zeit drängt uns bleibt keine andere wahl ich zähle auf dich link fotomodul hier kommt jetzt charaktere ok hier kann ich die nachlesen guck mal da da ist die kindform beste und bekannteste vorschriften auf dem gebiet antike technologien im ganzen land einzeln 100 jahren sieht man ja nicht an dass sie selbst also hat sie die versuche einfach ok ich kann ich kann nichts drücken ok das schwebende schloss neues hauptziel kann ich jetzt nochmal lesen richtig achso das ist der ganze text gewesen ok ok fotopad fotomodul nein kein fotomodul dann muss ich mich wohl erst um selda kümmern zumindest um das was das spiel als du kümmerst dich um selda mir mitteilen will ok wir lesen studieren zum kataklysmus tschuldigung an diesem tage bebte das land und vermeintlich bodenlos tiefe abgründe taten sich auf am himmel begann es zu rumoren woraufhin schwebende inseln erschienen die seither teile von ruinen herabregnen zu allem übermaß jedoch erhob sich auch noch schloss heiron in die luft und stellte unser welt bitte auf den kopf all diese geschehnisse scheint nur ein begriff wahrer scheint nur ein begriff wahrhaft treffen zu beschreiben kataklysmus den abgründen entsprang eine übel anmutende materie die alles zerfrisst was mit ihren berührungen kommt jasma jeglicher kontakt führt dazu dass der betroffene von unheimlichen leiden befallen wird als wäre dies nicht wirklich genug schrecklich genug umschließt diese furchtbare substanz all unsere waffen tschuldigung und zerfrisst auch diese wir nennen sie miasma mangels weiterer kenntnis entschied mir die inseln im himmel fortan als himmelsinseln zu bezeichnen es ist nur ein verdacht aber an der herabfallenden ruinen vermute ich dass sie der sonau zivilisation entstammen von jenen sonau weiß man sehr wenig es heißt jedoch dass sie einst den himmel bevölkerten trotz der offensichtlichen gefahr die der kataklysmus für heirol darstellt kann ich mich eines gedankens nicht erwehren die derzeitige situation könnte durchaus anlass für eine gründliche auseinandersetzung mit unserer geschichte sein meinem impuls folgend leitete ich sofort die erforschung herabgestürzte ruinen und der himmelsinseln in die wege erste anhaltspunkte lieferte ein bericht der dorfsvorsteherin karkarikus über dort gefundene ruinen mit textfragmenten ich wies die sonau forschungsgruppe an in jenem dorf in nekluda südostlich des spähpostens quartier zu beziehen da ich selbst im spähposten unabkömmlich bin kann ich die gewaltigen ruinen karkarikus nur von hier aus betrachten währenddessen steigt aus dem krater den schloss heirol hinterließ unablässig miasma empor dieser umstand erschwert unsere arbeit erheblich so dass prinzessin zeldas und links verbleib weiterhin ungewiss ist kurz nach dem aufbrauch der beiden zu ihrer expedition unter das schloss suchte uns der kataklysmus heim ob zwischen den beiden ereignissen eine verbindung besteht ja achso aufhören ok interest ding so aber mehr scheint jetzt hier erstmal nicht zu sein ok ja dann gehen wir doch erstmal weiter dann gehen wir doch erstmal da an wo wir hingehen sollen ist in ordnung zu holm doch jetzt auch ein schreien sehr praktisch ja das ist der platz der marktplatz doch das erkennt man schon alles noch von botw ok aber hier ist jetzt friedlicher hier sind nicht diese ganzen monster die da vorher waren ok so und da drüben ist dann wahrscheinlich holm wo dann noch weiter holm wenn die link wird du wann bist du vom schloss zurückgekommen da stehe ich die ganze zeit hier wach und kriege trotzdem nicht mit wie du hier rum marschierst aber wie es scheint habe ich noch eine ganze menge training vor mir äh puh egal truppenführer holm weiß bestimmt noch nicht ob du wieder zurück bist denk er ist oben auf dem tor des dritten walls ah ok ja alles klar dann gehen wir zu holm nein das will ich nicht achso hier da fliegt jetzt überall miasma rum wir gehen trotzdem hin ja ok muss jetzt hier außenrum oder muss ich da hoch ne wir gehen außenrum ist ok hallo wir sind in höhere alarmbereitschaft die suche nach prinzessin selda und dem helden link läuft auf hochtouren also hau ab und lauf uns hier nicht im link äh ich meine ehrenwerte ritter link bitte verzeiht dass ich euch nicht sofort erkannt habe ich wusste gar nicht dass ihr schon wieder aufgetaucht seid das heißt dann wohl wir können die suche nach euch einstellen ja einverstanden also auf jeden fall solltet ihr euch so schnell wie möglich bei truppführer holm beim tor des dritten walls melden folgt einfach weiter diesem weg hier das war der plan ok diese zwei schilder sind einfach großartig großartig die sind einfach großartig ich will nix hören link der große ritter nein das ist ja unmöglich hier ist unbefugt und der zutritt verboten wer nicht teil des selda suchtrupps ist hat hier nichts zu suchen befehl von truppenführer holm du kannst natürlich versuchen die vom truppenführer eine ausnahmegenehmigung zu holen er müsste sich beim tor des dritten walls junge ich bin link alle anderen erkennen mich husch husch schön weiter gehen oh man alle erkennen mich nur der der mich hier reinlassen könnte wieder nicht natürlich ok dann gehen wir weiter ok 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 Wie das aussieht. Wild. Sehr wild. Diesen Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir keine Spur der Prinzessin gefunden. Warte mal. Du bist dem großen Helden linker wie aus dem Gesicht geschnitten. Pass auf, wenn Tropf ihr räumt, die sich könnte vor Schock vom Tor des dritten Walds herabfallen. Wie sie mir alle sagen, wo er ist. Oh, perfekt. Neuer Schild. Sehr schön. Oh. Was? Hier ist nichts drin. Okay, drei Holzpfeile. Das hat sich jetzt nicht so krass gelohnt. Da ist da oben was Spannendes. Schade. Ich habe auf einen Krog gehofft. Na gut, dann nicht. Dann kein Krog. Ein bisschen bei der Suche nach Prinzessin Zelda zu helfen. Genau wie wir. Jeder von uns hat Prinzessin Zelda viel zu verdankt. Deswegen wollten wir irgendwas tun, um zu helfen. Zelda hat effektiv fast nichts gemacht. Ah, der Truppenführer steht oben auf dem Tor und kommt bestimmt die erste Runde. Ja, wir haben verstanden, dass er auf dem Tor ist. Niemand weiß, wo Holm ist. Guck mal, ich kann hier was bauen. Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Bei Interesse an einem Traumhaus ist das Bauunternehmen Dummster für Sie da. Ja, Mensch. Ich habe ja schon mal gehört, die Namen. So, guck mal, hier sind sogar Räder und alles. Eieieieiei. Das wird so wild mit den Sachen, die man hier bauen kann. Das wird so brutal wild. Hä? Okay, ich dachte, ich kann das Zeug brechen, aber das ist einfach nichts. Okay, das ist halt wirklich auch nichts. Dritter Wall. Wir sind hier. Bist du, Holm? Nee, Holm ist ja oben auf dem Tor, ne? Die Waffen, die man hier findet, sind auch alle zerfressen worden. Es gibt wohl auf der ganzen Welt keine Waffe mehr, deren Klinge nicht schartig ist. Oh, ein No... Alle erkennen mich. Nur der Suchtrupp, der mich suchen soll, weiß nicht, wer ich bin. Guter Suchtrupp. Als der Kataklysmus von uns kam, wurden Schwerter, Lanzen und zäptliche andere Klingenwaffen plötzlich zerfressen. Wir haben schon überall nach intakten Waffen gesucht, aber es scheint, als wäre wirklich ganz Hyrule davon betroffen. Rapparieren kann man es ja auch schlecht, und es bleibt nicht viel anderes übrig, als die Waffe mit irgendwas zu verstärken. Ah, ich muss diese Synthese sogar betreiben, weil es nichts Normales mehr gibt, ja? Soldatenlanze. Soldatenschwert. Waffentasche ist voll. So. Synthese. Holzkelle. Okay, wir verbinden jetzt unser Soldatenschwert mit der Holzkelle. Perfekt. Beste Waffe auf jeden Fall. Okay. So. Oh, Fackel. Die ist natürlich auch gut. Aber jetzt habe ich sie nicht mitgenommen, ne? Ja. Ja, komm, ist egal. So. Okay, gehen wir aufs Tor hoch. Kann ich einfach hochklettern? Ja, sieht so aus. Super. Gut, dann gehen wir auch so. Beziehungsweise über den kürzeren Weg. Mit Zwischenstopp. So. Ist der da drüben da, der Holm? Könnte sein. Ich gehe noch ganz kurz, ganz hoch. So auf Krok-Basis Verdacht. So. So. Perfekt. Ja, du hast gleich deine Ausdauer wieder. Okay. Yes. Jetzt hat es sich doch schon wieder gelohnt. Hallo. Ja. Krettern wir da jetzt vielleicht auch noch hoch. Danke. Was war das denn jetzt für ein Sprung? Was war das denn jetzt? Ich wollte doch ganz normal gerade hochklettern weiter. Ich habe nicht zur Seite oder sonst wohin gedrückt. Okay. Wir machen keinen Satz mehr nach oben. Wir klettern einfach ganz normal. Alter, wie das aussieht. Wir sind bei 31 Minuten. Sehe ich das richtig? Okay. Dann können wir noch Holm suchen. So. Hinabsteigen. Okay. Gut. Ich muss jetzt halt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht bei dem nächsten Sturz gleich mein letztes halbes Herz verliere. Aber hier werde ich jetzt ja auch nicht angegriffen. Also sollte das so schnell nicht passieren. Und das Miasma tut mir auch nichts. Okay. Gehen wir weiter. Noch ein Holm, äh, noch ein Holm. Ein Holm, ja. Äh, noch ein Krok. Also ist ja auch klar, es muss wieder drei Millionen Stück geben. So, wo ist der Ballon? Wo ist der? Da ist der Ballon. Hä? Ach, ich muss da stehen bleiben. Mein Gott. Dann erst wieder einen Bogen auswählen. Genau. Wie fällt jetzt wieder ein Bogen aus? Hallo? Nochmal eins. Und da ist der andere. Okay. Sehr schön. Zack. Prima. Zwei Crocs. Wunderbar. Was will man mehr? Naja, theoretisch drei Crocs. Okay, so. Da sind wir Baumaterialien. Mit Rädern auch wieder. Okay. Brauchen wir jetzt nicht. Das ist jetzt aber der Turm, wo ich hin muss, ja? Spurtechse. Weil hier ist der Weg zu Ende, richtig? Ja, hier ist jetzt Finish. Weiter ans Schloss kommen wir nicht ran. Aber das Suchtrupp ist auch komisch. So, hier oben gehen die hin, während wir ja eigentlich da unten rumgesucht haben. Naja, gut. So. Wo bist du jetzt, Holm? Junge. 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 Junge hat's mich gerissen. Junge hat's mich gerissen. Was zur Hölle war das denn jetzt für eine Aktion? Junge hat's mich gerissen. alter warum warum bricht einfach die spitze ab auch nee das und bist wie warte ist das wollen also nicht dass ich was da fliegt das weiß ich dass es nicht heute warte ich mal kippe die mal gerade darauf ach ich kann mir nichts markiert weil ich noch keine karte ok wir klettern hier hoch hier ist auch keine holmer bis krok ok nummer drei krok nummer drei ist doch auch nicht wirklich jetzt wow das dreieck ist jetzt hässlicher als vorher aber ist okay so jetzt habe ich drei koks gefunden aber keinen holm jetzt regnet es hätte ich bin jetzt überall drauf gewesen wo soll denn der jetzt sein kann ich darunter oder bin ich dann tot ok also das ding ist herunter gestürzt soll ich da auch runter stürzen das war zu hoch ich bin so ein held oder jetzt ist das ding okay ich stürze mal mit dem ding ab gut funktioniert aber das ding ist wieder da das ist doch schon mal interessant okay so jetzt kann man vorsichtig hier runter gehen da finde ich nämlich keine herzen so nein nein jetzt ist es schon wieder so weit drüber man das ist nicht was ich wollte junge das hatten wir vorne auch nicht weh getan hat es jetzt weh getan frech so dass da wollte ich das witzige ich kann das jetzt schon zurückkehren obwohl noch gar nichts passiert ist obwohl noch gar nichts passiert ist das sah auch krass aus das sind überall türme auch gott ist da auf der karte eingezeichnet wo das sein soll vielleicht ich bin ein bisschen weit gelaufen hey aber wir haben crocs gefunden aber wir haben crocs gefunden das ist doch auch was so die truhe da drüben soll es erstmal truhe sein ich will doch nur zu dem holm noch kommen oh mein gott hier ist einfach das speisezimmer hier ging es damals voll ab das heißt aber auch es schwebt nur ein teil von schloss hyrule so ein teil in dem ich was sonst auch immer war ist hier auch noch ist ja auch noch am start crazy soldaten schild sehr gut crazy what the heck nimmst du schaden durch mir erst mal verringert sich die maximalzeit deiner lege yo bruder alles klar aber was leuchtet da ach das irgendein bogen ja warte moment 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 ich habe doch hier meine fähigkeit gib mir das soldatenbogen ok endlich wieder die krüge kaputt machen juhu pfeile sind so wichtig ist voll witzig dass wir jetzt schon im schloss rumlaufen kann und das halt jetzt auch ungefährlich ist so das ist jetzt einfach ein teil von dem schloss und man kann halt rumlaufen also bis auf das mias macht krass ja da wollen wir jetzt nicht runter unbedingt und der teil ist halt abgebrochen und dann da hoch geschwebt crazy okay wir nähern uns wieder unserem ziel Wo denn? Alter! Alter! Wie oft will ich mich in dem Part noch erschrecken? Yo! Hat es jetzt? Nein, das hat den Bogen nicht gespeichert. Oh, kurz kann ich das nochmal holen. Obala. Jetzt kann ich das... Ah, das ist ja doof, dass es das nicht gespeichert hat. Ah. Na gut. Ich muss kurz niesen. Entschuldigung. So. Da war eh nix drin. Oh, diesmal nehme ich weniger Pfeile, das ist ja ärgerlich. Okay, wo sind jetzt diese Mistviecher, die mir da gerade alles kaputt geworfen haben? Das war ja frech. Reiseschwert. Ist aber kaputt. Brauchen wir nicht. Also... Also das war ja gerade frech. Wer hat den da geworfen? Von oben irgendwo. Ach, lol. Was seid ihr denn für ekelhafte Viecher, die an der Decke rumlaufen können? Okay, der hält eine ganze Menge aus, das ist nicht so gut. Ja, toll. Waffe. Ähm. Nehmen wir mal das Ding. Junge. Jo, okay. Die sind mir zu stark. Dann gehen wir da erstmal vorbei. Hat sie jetzt wenigstens die Sachen vorhin gespeichert? Ich kriege sonst hier gleich Zustände. Ja, es sieht besser aus, okay. Ja, ich habe den Soldatenschild und den anderen. Wo? Okay. Gut. Also dann rennen wir es an denjenigen dann vorbei. Mir egal. So, ja, ja, ja. Geht mir nicht auf die Nerven. So, jetzt bin ich genau über Holm. Oh. 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 Ja, aber jetzt geht es weiter runter. Ich will aber ja hoch. Komme ich hier raus? Ja. Kommt die mir jetzt hinterher? Nein, okay. Das ist jetzt ein bisschen risky. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nee, 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 nee. Please no. Oh nee. Scheiße. Ich komme in Ganondorf. Ganondorf. Ganondorf da unten sieht einfach wie der tote Link runterfällt. Game over. Okay, ich mache es mir schon wieder viel zu kompliziert. Dann gehen wir einfach nicht durch die komischen Gänge. Dann klettern wir halt hier hoch. So. Dann sind wir wieder oben. Dann gehen wir halt hier vor. Ei, ei, ei. Richtig schwere Geburt hier. Dann ist er auf dem Turm da drauf. Okay. Okay, ich dachte schon. Da war ich doch... Leute, ich bin dumm. Da war ich doch. Das ist doch das, wo der Krog oben drauf war, ne? Dann bin ich an Holm einfach straight vorbei. Perfekt. Ja, da innen war ich doch drin. Dritter Wall. Hier war ich doch drin. Hä? Wo habe ich denn jetzt übersehen den Kollegen? Ja, moin. Ach komm. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Dafür haben wir Krogs gefunden. Hä? Ich werde nicht mehr. Werter Link, ihr seid es tatsächlich. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, ich bin erleichtert. Hm? Wie bitte, Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt. Aber ihr habt ihre Stimme gehört. Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen. Oh, ich verstehe. Beziehungsweise ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Hm. Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist überall Miasma im Weg. Herr Truppenführer Holm! Prinzessin Zelda! Was? Äh, hm? Oh, hi? Prinzessin, ihr seid wohl auf! Wuiee! Huuuuh? Wuuuuh? Huuuh? Huuuu? Ihr habt ihr auch gesehen, oder, Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht hier nur vor sich? Schnell! Wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf gereagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich direkt in Pura gemeldet werden Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit Könntet ihr an meiner Stadtdirektorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Ja, das tun wir Aber im nächsten Part und auch in der nächsten Aufnahmesession Danke fürs Zuschauen und Tschüss